Jo, hier ist Streamalarm. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bebauen wir eine Arktis-Insel und einen Gletscher. Dazu habe ich hier die Gasförderstätte hingebaut und die betreibt drei Gaspumpen, die ist durch die wunderschönen Quartiere, die genauso funktionieren wie Handelskammern in der alten Welt, geklippt. Ihr seht, ich habe hier ein Quartier hingesetzt und hier ein Quartier hingesetzt. Hier die Gasförderstätte, die braucht 250 Techniker und somit ist über diese Gasförderstätte die gesamte Gasproduktion geklippt und kriegt später 80% mehr Produktion durch die Gas-Items vom Nate. Das ist hier das Gas-Item, das könnt ihr hier bekommen mit dem Luftschiff. Da geht ihr auf das Quartier und dann gibt es hier dieses wunderschöne Item, das heißt, wir wollen uns mal gucken, Quartier-Items, das heißt, beeinflusst Gasförderstätte, die unverwüstliche Gaspumpe, die gibt 40% Produktivität und jedes zweite Mal kriegt ihr ein Zink und Kupfer geschenkt. Was ihr damit anfangen wollt, müsst ihr mal schauen. Könnt ihr sicherlich für Brillen oder für Messing oder so benutzen, was euch in der Produktion passt. Kann ich nur empfehlen, für das Item braucht ihr 50 mal schönen Schrott oder diesen besonderen Schrott hier, den könnt ihr oben einfach auf dem Arktis-Gipfel fahren mit dem Luftschiff. Das Gas, okay, Gas kriegt ihr aus den bestehenden Produktionen einfach und ihr braucht noch 5 Kautschuk und 10 Eisen. Kautschuk könnt ihr einfach einkaufen, Eisen könnt ihr einfach einkaufen. Da wisst ihr, wie das Ganze geht. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee hier. So, dann habt ihr das eingekauft. Davon braucht ihr eine Menge Items, wie ihr seht, weil die Clipping-Punkte sind ja auch hier insgesamt. Eins bei den 13 Stück, zwei, drei, vier, fünf. Also ihr braucht es sechsmal für die Insel, also 300 Schrott-Farm. Gas kriegt ihr aus den alten Produktionen. Dann baut ihr das alles auf. Dann seht ihr, ihr braucht insgesamt 750 Techniker für das geklippte Gas. Okay, dann, das Kohleschiff haben wir schon gesetzt. Ne, das setzen wir jetzt natürlich. Und zwar haben wir hier eine Route eingerichtet, die heißt Kohle. Und diese Kohle geht von C13 nach P3. Das habe ich vorhin schon gemacht. Das heißt, hier in dem Fall habe ich ein Luftschiff. Das lädt hier Kohle und lädt es in P3 ab. Dazu habe ich eine kleine Insel genommen. Gehen wir mal direkt rüber nach Crown Falls. Das ist diese Insel. Hier sind drei Minen. Die kann man direkt wunderschön mit einer Handelskammer verbinden. Und diese schönen Minen, die produzieren hier Kohle. Können wir mal ausbauen hier, dass es ein bisschen fixer geht. Die produzieren Kohle. Da ist natürlich der Jörg von Malchingring, dass er extra Öl und extra Gold bekommt. Der Sapeur. Hier kommt später noch ein Feras rein. Und die Magnate, denn auf Kohleminen könnt ihr auch jeweils ein Eisen mitproduzieren. Das Item zeige ich euch auch direkt mal in der Arktis. Kriegt ihr das auch beim Nate. Gegen 50 Schrott und ein paar andere schicke Sachen kriegt ihr dieses Item hier. 50 Schrott, 10 Gas, 10 Segel, 15. Dann gibt es die Bizarre Ballon-Magnate. Jedes Mal ein Eisen extra. Das ist ganz cool, weil ihr damit auch auf Crown Falls euren Eisenbedarf für die Hochräder mitdecken könnt. So müsst ihr kein Eisen einkaufen. Denn wenn ihr kein Eisen einkaufen müsst, spart ihr einfach die Umladezeit vom Captain Moby zu eurer Stadt. Und somit kommt der Captain Moby wieder schneller und handelt in eurer Speicherstatt wieder schneller. Und ihr spart somit Trade-Zeit. Und Trading-Zeit ist tierbares Geld. Wie ihr seht, können wir auch gerade mal hier noch den Ölhofen ein bisschen ausbauen. War Zeit, dass ich auch mal ein bisschen Kaffee trinken muss, aber es ist jetzt gerade 16 Uhr. Es ist Kaffeezeit und ich habe mehr Bock auf einen Kaffee gehabt. Und man kann ja auch mal entspannt jetzt so eine Insel bebauen hier. Nächste Sache ist, ihr habt jetzt die Kohle. Die geht schon in die Arktis hin. Dazu habt ihr hier die Heizöfen gesetzt. Hier haben wir einen Heizofen stehen. Und wir brauchen jetzt 750 wunderschöne Techniker. Und die Techniker, die wollen ja ein bisschen was haben. Das heißt, wir gucken erst mal, was die hier so haben wollen. Aha. Dann wollen die hier nichts haben. Die wollen ein Quartier haben. Ne, eine Kantine wollen die haben. Eine Kantine haben wir hier hingestellt. Jetzt haben sie eine Kantine. Hopp. Haben sie eine Kantine. Wollte man meinen. Wunderbar. Hier ist die Kantine. Läuft. Kantine. Wunderbar. Dann nehmen wir das Luftschiff, das noch übrig ist. Wir haben ja noch eins hier. Und nehmen das mal hier rüber und bringen noch mal ein bisschen Holz hier rüber. Ich habe noch keine Baustoffroute eingerichtet. Wenn mir dazu ein Luftschiff fehlt. Mit dem nächsten Luftschiff, das ich bekomme, werde ich eine Baustoffroute einrichten. Dann seht ihr ja hier, das ist Gas, was hier abtransportiert wird. Das ist Kohle nach P2. Da habe ich auch eine Kohleroute eingerichtet, die hier die Kohle wegbringt. Und dann baut ihr das hier einfach raus. 750 Stück sollen es sein. Wir fangen mal an, dass wir nur drüben das eine laufen lassen. Dass das schon mal funktioniert, dass ich ein bisschen mehr Gas bekomme. Wobei, wir können sie auch einfach alles anlassen und sie ausbauen. Hose wie Jacke, Hauptsache es steht. Dann nehmt ihr hier die wunderschönen Damen und Herren hier und bohrt die einmal aus. Und dann passt das hier direkt rein. Das sollten wir hier ransetzen. Wegen den Öfen ist es cooler, wenn man das hier direkt ransetzt. Einfach in der Blaupause arbeiten, habt ihr keinen Stress. Hoch hier. Und hoch hier. Und dann habt ihr das und setzt einfach hier kurz die Wege rein. Wunderbar. Da läuft es. Und hier unten nehmt ihr auch kurz die Häuser einmal weg, dass das funktioniert. Und ich weiß nicht, ob wir es sonst hochsetzen können. Nee, es ist wieder Frame Perfect hier. Frame Perfect ist ja auch eine schöne Sache, wenn man was Frame Perfect mal hinkriegt. Und ihr setzt das da rum und habt hier Techniker stehen. Und so geht das jetzt einfach weiter. Ihr braucht hier noch ein, das hier Stück ist ne Polarbach, steht ja schon. Optimum. Weil dann könnt ihr natürlich hier, weil ihr die ja auch innerhalb des Quartiers habt später, quasi auch mit den Aspirinmaschinen gleich Klippen, Klippen sag ich schon, einfach ausrüsten. Das spart ihr euch dann hier später Öfen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen mit den Aspirinmaschinen. Das kommt ganz zum Schluss, glaube ich, aus dem einfachen Grund. Ich baue hier nur das Gas erstmal so weit aus. Die Arktis bringt wenig Einwohner. Und wir wollen Einwohner sehen alle. Also geht es jetzt darum, dass wir hier kurz mal das Gas besorgen, was wir brauchen. Und ich zeige euch, wie man es klippt, wie man es stellt, wie man es macht. Und dann haben wir das auch gesehen. Ist natürlich ganz nice und so. Also mir macht es auch schon Freude, kann ich nicht anders sagen. Ist wie es ist. So. Hier geht ein Weg rum. Hier geht ein Weg rum. Dann setze ich das hier einfach rein. Voll auf Vorfreude hier. Hopp. So, wir brauchen ein Postamt. Wollen wir schon ein Postamt hier irgendwo stehen? Ich glaube, mal gucken. Haben wir ein Postamt hier? Ne, haben wir nicht. Hier geht es ein Postamt. Da passt das Postamt hin. Und dann können wir das hier rausziehen. Wunderbar. So, und wir wollen natürlich, dass das Gas so gestellt ist, dass das natürlich auch noch 40% mehr mit abkriegt. Also stellen wir hier noch ein Gas hin. Das kriegt alle Minen mit. Auch noch so, wenn wir es so stellen, alle mit. Ja, kriegt auch noch so alle mit. Hopp, hopp, hopp. Dann habt ihr das auch bestellt. Es ist zwar nicht geklippt, aber es bringt trotzdem 40% mehr. 40% mehr finden wir super. Also einfach reinstellen. So. Dann brauchen wir hier die Kohle. Ich hoffe, dass die Kohle gleich kommt. Dienen einmal die schönen Techniker hier hoch. Und wir brauchen jetzt unser Schiff. Da ist es. Dienen an Tuket. Die lädt noch ein bisschen Holz. Die lädt ein bisschen Holz ein. Drei. Ein bisschen Stahl. Denn dann bringen wir gleich den Stoff rüber, den die brauchen. Der Stoff dürfte hier in dem Fall Pemmikan sein. Und immer Öllampen, dass die Techniker aufsteigen können. Dazu müssen wir aber erstmal kurz die Techniker ausbauen. Dann haben wir noch keine Kohle. Ich weiß auch nicht, wo das Luftschiff direkt rum ist. D13 nach P3. Das hat Kohle geladen. Da ist die Seefeld 4. Und schade, dass man eigentlich nicht sieht in Anno, wann Approximate Arrival ist. Also wann das Schiff etwa ankommt. Das wäre voll cool, wenn die das mal implementieren würden. Aber ich meine, die Hoffnung stimmt zuletzt. Ich weiß nicht genau, ob die das noch hinbekommen werden oder nicht. Aber mich würde das auf jeden Fall interessieren. Wie war es mit euch? Was haltet ihr davon? Wenn ihr das Bock auf so ein Feature hättet, schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht sollte ich mal die Kaffeetasse nicht vor den Mund nehmen, wenn ich rede. Da habe ich auch gerade so Bock drauf. Ja, also. Ist wie ist it. Geht ihr eigentlich auf den Karneval nach Köln? Es ist ja jetzt Rosenmontag. Habt ihr da Bock drauf, Freunde? Also natürlich, heute ist jetzt nicht Rosenmontag. Und wenn ihr dieses Video guckt, wird es wahrscheinlich auch nicht Rosenmontag sein. Aber war jemand von euch auf den Karneval? Habt ihr da Bock drauf? Seid ihr so die Karnevalsaktion oder so? Ich feiere Karneval ja schon sehr, sehr, muss ich sagen. Ich war zwar erst zweimal in Köln auf dem Karneval, aber ich fand das schon nicht schlecht. So ein bisschen Kamelle werfen und gute Laune und so und verkleiden. Also mein Lieblingskostüm, weiß ich nicht. Also ich glaube, mein Lieblingskostüm ist ein Tannenbaum. Nein, Spaß. Ich würde mich niemals als Tannenbaum verkleiden. Aber irgendwie lustig wäre es schon. Stell dir vor, du gehst einfach als Tannenbaum auf den Karneval. Und dann fragt dich jemand, ja, was ist das denn für ein Kostüm? Und du sagst so, ja, ich bin der Tannenbaum. Also witzig wäre es irgendwie schon. What a wrap. So, Schiff ist da. Wir können hier ein bisschen Holz ausladen. Da ist Holz und da ist ein bisschen Stein. Und jetzt ziehen wir die mal hoch hier. Da ist eine Kantine. Haben die hier noch Kantine? Mal gucken. Wir haben natürlich keine Kantine. Kantine ist eigentlich auch mal so Mangelware. So, kriegen die eine... Geh mal weg da, Schiff. Geh mal weg. Geh mal weg, ey. Kennt ihr das noch aus eurer Schulzeit? Das war auch so ein furchtbarer Satz. Das rühne ich mir gleich mal wieder ab hier, ey. Finde ich gar nicht so cool. Geh mal weg. Also, ich wollte eigentlich, dass das Schiff zur Seite geht. Und, ähm... So, jetzt machen wir das auch. Können wir das hier hinsetzen. Und dann ist hier die Kantine drin. Können wir hier einen Weg lang ziehen. Und dann passt das. Kantine ist gebaut. Dann können wir das hier ausbauen. Dann können wir hier noch einen Heizofen hin. Ja, das passt sogar. Sehr gut. Dann stellen wir hier nämlich hier einen Heizofen. Dann passt mir das sehr gut insgesamt in die Tüte. Weil es muss ja geheizt werden. Ohne heizen geht's nicht. Jetzt haben wir hier ein riesiges Problem. Und das wollen wir nicht. Also ziehen wir das jetzt hoch. Die Heizofen dürften jetzt regeln. Das ist das Kohleschiff, ne? Das ist das Kohleschiff. Ja, das ist das Kohleschiff. Das ist jetzt schon entladen hier. Zu wenig davon. Naja, das geht aber nicht so. Brauchen wir ein paar Heizofen. Jetzt habt ihr Kohle und holt keine. Was ist denn das für ein Masterplan? Ne, die haben jetzt. Na jetzt? Hallo, holt mal Kohle. Ich glaube, die haben... Ja. 30 Tonnen. 10 Kohle brauchen einen Heizofen. Passt. Passt, wackelt und hat Luft. So, hier kommen wir ran, hier kommen wir ran. Das können wir ausbauen. Das können wir auch ausbauen. Wir sind auch in Reichweite. Das kann hoch. Das kann hoch. So, hier fehlt irgendwie die Gasbombe. Ja, dann lassen wir das so. Sieht gut aus. Sehr schön gebaut, finde ich. 112. Die brauchen jetzt natürlich Pemmikan und Öllampen. Also nehmen wir das zweite Schiff, was wir haben hier. Dieses Schiff. Und auf dieses Schiff packen wir Pemmikan, Öllampen. Und Holz. Ein bisschen Pemmikan. Die soll bitte aus P1 hier. Dürfen wir eine Riesenmenge von haben. Geht ihr auf Arktis hier. Waren. Ein bisschen Pemmikan. Ein bisschen Öllampen. Ein bisschen Holz laden. Ein bisschen Holz auch. Und dann habt ihr das soweit. Dann ladet das hier aus. Und dann gucken wir gleich mal. Nennt das natürlich noch P1 nach P3. Und zwar Pemmi Öllampen. Das ist einfach P1 nach P3. Die Arktisrouten, die sind nicht so wichtig. Laden, ausladen, hopp. Ist hier in Tugut unterwegs. Wichtig ist, dass sie auch leer ist. Dass es günstig versorgt wird einfach. Dann habt ihr das. Dann wollen wir mal schauen, dass die jetzt das kriegen, was sie hier brauchen. Öllampen und Co. So. Diese Gasförderstätte. Auch ausgebaut. Diese Gasförderstätte ist ausgebaut. Dann wollen wir mal gucken, was die hier brauchen. Die kann man einfach mit Stahl ausbilden. Ist das richtig? Die hat jetzt nur eins. Die ist aber nicht geklippt. Die ist geklippt. Die hat zwei, die geklippte. Die kriegt nur eins. Also mit der Gasförderstätte hier. Die steht ja nur zur Deko rum. Brauchen wir gar nicht. Okay. Dann könnt ihr die hier wegnehmen. Diese schöne Gasförderstätte. Die ist nur zur Deko da gewesen. Die ist vorhin noch aus dem Probebau da gewesen. Nehmt die Straßen hier weg. Und weil das so schön ist, könnt ihr hier Häuser reinsetzen. Und die Häuser ausbauen. Wunderbar. Fuck. Fuck. Das könnt ihr auch ausbauen. Und das auch. Und hier ist wieder eine Gasförderstätte. Die könnt ihr auch nehmen. Hopp. Und dann könnt ihr hier die. Wunderschön. Die braucht nur Stahl. Damit ist mir die Frage auch beantwortet, was das Luftschiff hier noch laden soll. Das ist das Luftschiff. Die 1,2 P3. Wunderbar. Ich muss das mal gerade laden. Machen wir gleich. Komm noch mal her. Manchmal ist ein Video auch entspannt. Ich sehe 3,439 Millionen Bevölkerung. Ist das abgefahren, ey. Was? Es geht voran, Leute. Nach letzter Woche und Baustoffproduktion nachsetzen oder so geht es jetzt echt voran hier. Sind fast 3,5 Millionen jetzt hier. Die Werte explodieren so langsam. Ich habe auch gut Ethanol nachgesetzt und durch das gut gesetzt nachgesetzte Ethanol, was jetzt dauerproduziert wird, läuft das Celluloid endlich mal. Und weil das Celluloid läuft, ist jetzt auch eigentlich mal die Versorgung mit Spielwaren besser. Das ist zwar nicht stabil gesetzt bisher, weil ich mich noch nicht, weil ich noch nicht die Spielwaren nachgesetzt habe. Aber prinzipiell läuft das schon ganz gut. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden, wie das so ist. Will ich mal die Gaspumpen hier ausbauen. Hauptsache mein Schiff ist gleich da. Kann ich nämlich die ganzen Gaspumpen schon mal mitnehmen. Und die interessiert mich jetzt natürlich nicht so dolle hier. Kann ich später anmachen, wenn ich genug Technik habe, weil es sind insgesamt 1000 Techniker, die ihr braucht für alle dann. Sind hier alle Gaspumpen mit drin. Bis auf die. Also 1000 Techniker braucht ihr. Roundabout. Ist das nicht 5? Naja, wir gucken uns das an. Wenn wir das Schiff hier haben. Dann will ich das die Gaspumpen hier. Aber ich habe kein Holz. Irgendwas ja immer. Kein Holz. Wieder zurück. Holz bringen. Hauptsache das Gas steht erstmal. Und dann brauchen wir gleich Pembikarne. Ansonsten wollen die hier meckern. Zu Recht. Nicht, weil die Hunger haben. Die Kohleinsel dürfte auch laufen hier. Die wird natürlich jetzt vom Lager wahrscheinlich super voll sein, nehme ich an. Da dürfte nichts gehen vom Lager. 407. Ja, dieses eine. Also hier persönlich steht das Haushalt doof, aber ich kriege es nicht besser gestellt leider. Es wird nicht besser werden. Also es sind vier Häuser, die ich hier verliere. Ich kriege aber hier nicht vier Häuser nachgesetzt. Wobei, weiß ich gar nicht. Ich darf hier verliere. Ich glaube nicht, dass es besser wird. Die Mine wird immer ein bisschen ab. Probleme hier machen. Die hat halt einfach, das Lagerhaus ist einfach zu weit weg. Wir probieren das mal aus. Also wenn ich das Lagerhaus hier wegsetze und diese Feuerwehr hier reinsetze, dann steht er so. Dann würde ich hier ein Lagerhaus hinkriegen. Hier gibt es ein Lagerhaus, was ich da hinkriege. Aber hier ist Pustekuchen. Also hier geht nichts ran. Aber es ist natürlich so, dass ich das gar nicht bräuchte. Ich könnte das nämlich einfach da oben hinstellen. Also ich könnte das, wenn ich das wollte. Dann würde ich auf dieses eine Haus verzichten. Komme aber an das nicht ran. Natürlich kein Highlight jetzt hier. Highlight ist es wirklich nicht. Okay. Ich weiß nicht ganz genau, wie es ist, wenn ich es so stelle. Dann komme ich da gar nicht ran. Weiß nicht so recht. Jetzt kommen die hier nicht ran, ne? Wie ist denn das, wenn ich das so stelle? Ne, es geht leider nicht anders. Das muss hier hoch. Das kommt da auch hoch. Aber eventuell können wir die eine Feuerwehr hier wegnehmen. Das weiß ich noch nicht. Wenn die eine Feuerwehr da weg ist, ist das natürlich schon ein bisschen luxuriöser hier. Weil da oben mit den Häusern, das sind drei Häuser. Weiß nicht. Kann man so machen. Kann man so machen. Könnte man hier noch ein bisschen Weg hinsetzen. Das hat auch keinen Sinn. Müssen wir mal gucken, wie sich das so entwickelt. Müssen uns mal da die Entwicklungstendenz anschauen. Aber eigentlich kommt man mit einer Feuerwehr hier ganz gut hin. Wichtig ist nur, dass die Kohleminen vernünftig funktionieren, weil die ja noch ein bisschen weiter gepusht werden. Wir haben ja gerade erst mal angefangen, hier Kohle zu produzieren. So. Also, Kohle habt ihr gesetzt. Wieder zurück in die Arktis, weil wir uns ja eigentlich um die Gletscherinsel kümmern wollten. Und dann geht ihr zurück hierhin und ladet Holz ein. Also, Schiff mit Holz vollmachen. Einmal hier rüber. Dann bauen wir die restlichen Gaspumpen aus. Dann gibt es Pemmikan. Und Öllampen. Und dann dürfte diese Insel laufen. Und dann braucht ihr nur noch später ein Schiff mit Gas. Also, ihr lasst diese Insel mit Gas verlaufen ein bisschen. Und dann machen wir ein Luftschiff aus. Und dann seht ihr mir zu, dass das Gas nämlich endlich nach Crown Falls kommt, weil ich Crown Falls endlich komplett mit Gaskraftwerken vollbauen will. Dass das endlich mal geregelt ist und Crown Falls funktioniert. Aber Ethanol ist echt eine Belastung. Aber es läuft halt schön flüssig, kann ich nicht anders sagen. Also, Ethanol, wer sich das ausgedacht hat, hier in diesem Spiel, dass man das in solchen Längen anbauen muss, das ist echt abgedreht. Richtig, richtig abgedreht. Nun ja, nun ja. Dann bauen wir das hier mal aus alles. Wie ist bei euch das Wetter, ja? Hier im wunderschönen Bundesland Berlin scheint die Sonne. Und es ist haltnismäßig warm. Also, es ist natürlich nicht so wie vor zwei Jahren zu Weihnachten. Da waren es 18 Grad. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, da konnte man schon grillen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne grillt. Ich grill gerne, finde ich richtig nice. So ein schönes Rindersteak auf dem Grill. Mit Hartkartoffelsalat, finde ich mal ganz gut. Also, ich weiß, wie ich aussehe. Habt ihr ja schon gesehen, wahrscheinlich war es streamalarm.de oder so. Ich mache natürlich auch viel Sport. Aber trotzdem finde ich Essen geil. Ist so, wie es ist. Meine ganzen Errungenschaften. Ich bin hier so selten drauf. Einfach, bestes Ergebnis. Viel Zeit normal. Rekordbau-Anno. Wie sieht man denn hier alle? Veränderte Sets, 17.500. Genutzte Items, 26.030. Entdeckte Items, 330. Gesamtattraktivität, 49.876. Attraktivität und Tourismus. Äußerst attraktive Insel Crown Falls. Panorama-Effekt, 196.280. Schon abgedreht alles so. Einkommensbilanz pro Region. Alte Welt. Oh, Kap Trilafn hat jetzt sogar eine positive Bilanz. Die neue Welt. Die Arktis, 44.000 und Besa. Einkommensbilanz pro Region. Ich glaube, die Wirtschaftsbilanz ist hier zusammengerechnet sogar mit Verkäufen oder so. Gesamtbevölkerung. Das wird jetzt in Hütten angezeigt. Ergebnis für Investoren. Punkte. Was sind die Punkte oder was? Erzeugt ein Stampel dieses Bildschirms, das man weitergeben und aufbewahren kann. Umgeschafft. Schon ganz interessant alles. So, wir wollen zurück in die neue Welt. Ne, wir wollten in die Arktis. Schauen wir mal die Weltkarte hier an. Ab in die Arktis. Hopp. Kann man da einfach so ansteuern, außer unten links. Könnt ihr über die Map machen. Natürlich ist unten links immer fixer. Ohne Wenn und Aber. Muss man nicht diskutieren. Einfach. Ist wie es ist. Dann wollt ihr hier mal kurz das Gas ausbauen. Ihr wollt nicht die Lupe. Ihr wollt das Gas ausbauen. Okay, macht es nicht so wie ich. Geht in die neue Welt über die Karte. Geht in die Arktis. Habt ihr nicht die Lupenprobleme? Hab ich die Lupe hier? Hallo. Weg damit. Ich will die Lupe nicht. Ist das jetzt ein Bug? Aber bitte nicht in der Aufnahme. Ja, warten wir mal ein bisschen. Mal gucken, ob ich die Lupe wegkriege. Aktuell. Ich lupe nicht weg. Jetzt drehe ich mal den Bildschirm. Ja, toll. Kann mir mal jemand sagen, wie ich die Lupe hier wegkriege? Professionally. Wie geht denn diese Lupe weg Option? Ist das für Menschen mit Brille? Irgendeine Funktion oder so zum Spielablauf, um das zu vereinfachen? Glaube. Könnte sein, oder? Lupe. Pinsel. Wie ist denn das angemacht? Vergrößerungsglas. Hä? Also mir ist unklar, wie ich die Lupe jetzt wegkriege hier. Cool. Gute Funktion hier im Spiel. Die Lupe. Also, was ist denn das da? Ja. Gute Funktion. Man kriegt sie aber auch einfach nicht weg. Weißt du was? Ich muss neu laden. Speichern. Gerade einfach neu. Dann hoffe ich, dass die Lupe weg ist. Ja, jetzt will ich ganz cool. Liebespiel. Ich will die Lupe nicht. Ich habe die auch nur hier, ne? Ich habe die auch hier. Ich habe die jetzt überall, die Lupe. Nun, ja, Freunde. Hm. Fisch. Nicht über rechts ausbauen. Ne, genau. Egal. Dann starten wir einmal neu. Ab auf den Titelbildschirm. Immer noch. Was ist denn wirklich neu starten? Speichern und verlassen. Ja, ich möchte speichern und verlassen. Dann darf dieser Hi-End-PC jetzt mal speichern und verlassen drücken hier. Und was macht der? Gar nichts. Macht keine Rückmeldung. So. Dann starten wir mal neu eben. Ihr seht jetzt hier mein Streaming-Interface mal. Selten, aber wahr. Ab und zu ist es da. Wahrscheinlich werde ich das schneiden. Weiß ich noch nicht ganz, ob ihr das Streaming-Interface seht. Wir gehen nochmal rein und gucken, dass wir das vernünftig geladen kriegen. Okay. Wunderbar. Dieser Spielfehler wurde produziert. Produziert. Wurde präsentiert, meine ich. Wurde präsentiert. Von Anno-Ares von 100. Ui Soft. Ein Spaß. Das ist kein Spielfehler. Ich glaube, das ist einfach nur ein Bug gewesen. Dazu ist das Spiel zu cool. Anno macht nämlich richtig, richtig Freude. Und es bockt einfach nur. So. Da sind wir wieder drin. Warnungen bitte vor dem Spielen lesen. Ihr wisst, Epilepsie-Warnungen und so. Also wenn ihr Epilepsie habt und das hier zu viel flackert oder so. Nicht anschauen. Einfach die Sendung mit der Maus gucken oder so. Kann ich nur empfehlen. Weil die Sendung mit der Maus macht auch immer Laune. So. Dann gehen wir rein ins Spiel. Einmal hier klicken. Zack. Und hopp. Anno-Rekordbau. Und rein geht's da. Das wunderschöne Spiel. Dann. Angepasst hoffen wir jedenfalls. Anno 1800. Hopp. Läuft. Transformieren. Zum Bildschirm anstrecken. Wunderbar. Es ist angepasst. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Und haben gute Laune. Ladida. Lad bitte das Spiel jetzt. Denn das ist so wunderschön. Sagt der Stream. Alarm. Stream. Alarm. Stream. Alarm. Dup-dum-dum. Weil ich das jetzt eigentlich mal fertig bauen will. Ja. Es ist einfach ein echt großer Spielstand. Der ist lädt hier schon. Mit voller Last. Aber es dauert halt einfach echt einen Moment. Bis diese riesige Welt. Die ganzen Routen geladen sind. Also was da hier berechnet ist. Die ganzen Schiffe. Die Routenwege. Die aktuellen Einwohnerzahlen. Die Versorgung der einzelnen Inseln. Der muss ja die Inseln auch einmal darstellen. Grafisch. Wenn er das alles hochgerechnet hat. Was auch verhältnismäßig schnell geht. Ihr kennt das ja. Bei Euronshaft kann ich jetzt hier Segel setzen. Klicken. Klickt da drauf. Und bin wieder drin. Und jetzt habe ich auch keine Lupe mehr. Danke. Also es war im Bug. Die Lupe konnte ich nicht mehr wegnehmen. Sehr schön. Dann gehen wir hier wieder auf schnell. Weil wir schnell spielen wollen. Und ihr seht auch Ubisoft Connect ist wieder gleich drin. Wichtig einfach, dass ihr sich gleich connectet einfach. Die Gaspumpen hoch. Hier die Gaspumpen hoch. Haben wir hier die Gaspumpen ausgebaut. Wunderbar haben wir. Und hier die Gaspumpen sind auch ausgebaut. Läuft. Dann ladet ihr den restlichen Stahl einfach aus. Sollte man meinen, dass ihr den restlichen Stahl ausladet. Zack. Habt ihr. Den Rest schmeißt ihr einfach über Bord. Braucht ihr nicht. Oder ihr braucht ihn doch. Meist ihn nicht über Bord. Wildtata. Die Touristin möchte gerne Wildtata. Habt ihr schon mal Tata gegessen? Mögt ihr das? Kann man schon machen eigentlich. Wildtata ist jetzt auch nicht das Schlechteste so. Schmeckt auch ganz nice eigentlich. Also es gibt da schon andere Krams, die ich nicht so cool finde. Aber Wildtata könnte man machen. 21 und die 6. Dann geht ihr mal ein Konto weg. Schmeißt ihr das über Bord hier. Sobald ihr es über Bord schmeißen könnt. Aber bei Wasser schmeißt ihr den Stahl weg. Setzt die Route einfach wieder ein. Das habt ihr ja vorhin schon alles eingerichtet. Wenn ihr euch erinnern könnt. Und dann geht es los. Hier könnt ihr noch ein paar Häuses ausbauen. Ganz gut gemacht. Hier geht die Straße später auf hoch. So nochmal gucken, was wir mit dem Heizofen machen. Ist da noch einen hinsetzen oder nicht. Aber wahrscheinlich kommt da noch einer hin. Weil es ist ja wichtig, dass wir jetzt die Techniker hier hoch kriegen. Um das Gas vernünftig zu produzieren. Dass das alles hinhaut. Denn das ist das Übergoal hier einfach. Vernünftig Gas zu produzieren. Und das geht nämlich nur wenig. Und ihr spart eine ganze Menge Platz mit der Gasproduktion. Deswegen bin ich da gerade auch ein bisschen hinterher. Wie viel sind denn das jetzt hier? So 195. Ja, da werden wir noch ein paar mehr brauchen. Hier einfach mal die Hütte weg. Das Lagerhaus kann auch da hin. Dann könnt ihr hier wieder hinziehen. Hier hinziehen. Das dürfte insgesamt passen. So setzen eigentlich. Und die später hoch nehmen. Wobei, die brauchen ja keine Anbindung hier oben eigentlich. Wobei, wenn die so stehen, haben die natürlich... Na, die haben den Heizofen da. Dann können wir das hier oben komplett wegnehmen. Dann reißt die nochmal ab, die Hütten. Und setzt die von oben runter, weil... Die Kantine haben die eh. Ein Heizofen steht da und da. Das passt nämlich. Dann könnt ihr das hier so setzen. Setzt die durch. Bieten einfach zwei mehr rein. Und könnt hier einfach dann anbauen. Jo. Läuft wirklich da. Wunderbar ist das gebaut. Bin ich zufrieden. Dann kommt das Schiff gleich wieder. Bringt Holz, Co. Haben wir auch Holz eingeladen eigentlich in das wunderschöne Schiff. Weiß gar nicht, wie unsere P-Routen eigentlich aussehen. Das sind die P-Routen. Wir haben alle Pemmikan. Die laden... Bretter. Stahl machen wir nachher mal extra. Dann machen wir eine Sonderroute für. Die dann Stahl verteilt. Wenn hier mal was in die Luft fliegt, dass ihr auch automatisch gleich reparieren könnt. Das ist ja auch mal ganz wichtig. 232 sind es jetzt. Mal gucken, wo wir gleich enden. Wenn es dann soweit sind. Weil wir hier ja nur Techniker brauchen. Auf den Inseln. Ihr braucht hier keinen einzigen Entdecker. Weil ihr ja nicht nur Gas betreibt. Ihr baut hier nichts an. Ihr setzt hier keine Kohle. Ihr habt hier auch keine Fruchtbarkeit. Ihr nehmt hier gar nichts. Ihr könnt einfach nur ganz entspannt. Hier Gas abbauen. Das sieht schon ganz nice aus. Die Arktis, wenn man die so anschaut. Ich nehme mir auch das erste Mal gerade so richtig an. Schon ganz nice. Da kommt das Luftschiff. Mal ein bisschen Kamerafahrt, ey. Auch ewig nicht mehr gemacht. Kamerafahrt. Da ist es. Ja, ist ganz nice auf jeden Fall. Wir brauchen das Pemi-Kahn. Wir brauchen die Versorgung hier. Hütten kommen. Die kommen hoch. Die vier kommen hoch. Fast. Fast mal richtig gut in die Tüte hier. Wir haben eine mit nur einer Gaspumpe. Dann machen wir die aus. Dann machen wir die an. Dann habt ihr das. Dann habt ihr ein bisschen Holz. Die sind voll versorgt. Also voll versorgt sind sie nicht. Aber die haben das, was sie brauchen. 250 Entdecker. Dann habt ihr ein Lager gebaut. Dann kriegen die Pemi-Kahn. Und dann könnt ihr sie gleich groß werden lassen hier. Und dann läuft es Gas. Und dann bauen wir gleich noch ein Gasschiff einfach. So nett ist es hier. Dann habt ihr diesen Gletscher auch. Was ihr dann einfach macht. Später ist hier weiter Hütten hinbauen. Oder ihr macht es mit der Aspirin-Maschine. Die kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier gibt es Aspirin-Maschine. Die braucht nur 10 Schrott. Die passt auch ins Quartier. Und das ist ein wunderschönes Ding. Sie heißt Aspirin-Maschine. Es gibt einen freiwilligen Polarwächter. Und Unterstützungsgeschwindigkeit von 50%. Das heißt, ihr baut einfach ein paar Polarwächter. Keine Heizöfen. Spart euch die Kohle. Sittet auf ein paar Einwohner. Einfach 40, 50 Stück oder so. Aber ihr braucht natürlich auch nicht die Handelskammer. Dann für die Kohle auf so einer Insel einfach. Das heißt, 275 Einwohner spart ihr in der Alten Welt. Gegen 40 hier in Dekada. Die Rechnung ist ganz einfach. Aspirin-Maschine lohnt sich einfach. Und das für ein Alte. Ich stelle von Messing-Maschine das Gebäude Kupfer. Öllammenfabrik. Auch ganz gut. Plus 35% Produktivität. Ja, ist geil. Würde ich mal sagen. Kann man natürlich das Kupfer hier nehmen. Braucht man das Messing nicht mehr. Hier spart man sich ein Schiff. Würde ich cool. Beeinflusst Heizofen. Reichweite plus 20%. Anstelle davon Kohle. Farbe das Gebäude Holz. Knisternde Batterie. Ja, cool. Kann man schon mal ein bisschen Holz besorgen. Spart man sich die Kohle eigentlich, ne? Knisternde Batterie. 25 Schrott und 30 Kohle. Risiko für akteste Grippe. Zusatzeinkommen durch Parkers. Ringer dafür brauchen Parkers. Amy Kahn bringt Fleischkonserven. Knaps. Das ist ja alles nicht so richtig geil hier mit den Zusatzwaren. Der Espresso Noteur. Der braucht 50, 30, 10 und 10. Und den finde ich zum Beispiel ganz cool. Ringer dafür braucht von Kaffee 30. Auch nicht schlecht hier mit der Workforce. Einfluss im Investorenhaus. Zulzliche Zufriedenheit. Ringer dafür braucht von Schokolade. Eine bunte Waffelmaschine. Naja, den Espresso Noteur, den feiere ich persönlich schon. Aber das Geschmacksache, ob man den nimmt. Ich muss mal gucken, auf welchen Insel ich den später setze. Weil es eventuell sinnvoller ist, die Ladezeit zu verkürzen. Aufgrund der Ladezeitverkürzung ist einfach hinzunehmen. Das reduziert ihr mal ein hier. Schneider zu produzieren, womit man sich wieder Hochräder spart. Ich kann es nicht oft genug sagen. Hochräder sparen ist das Goal. Eine Hochradproduktion, die ihr weniger bringt. Euch mehr Einwohner in der alten Welt. Und ihr habt insgesamt mehrere Bewohner. Und das ist das Ziel, das Ganze hier maximal Bewohner zu bekommen. So ein bisschen Gesang in der Stimme. Also es reicht jetzt nicht für Germany's Next Superstar. Oder ich wollte gerade Topmodel sagen. Germany's Next. Voice of Germany reicht jetzt nicht. Aber ich habe halt echt gute Laune. Man hat solche Tage. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach gute Laune habt. Und so ein bisschen da was erzählt. Also ich feiere ja schon immer sehr, wenn ich gute Laune habe. Aber da ist jeder anders. That's life und so. That's life. Aber sonst könnte man hier reinsetzen. Hier könnte man ja schon diese knisterne Batterie später mal reinsetzen. Dann hätten die 20% mehr Reichweite. Mal gucken. Wenn man macht eine knisterne Batterie dann. Mal schauen oder so. Ich weiß es noch nicht so richtig. Mit einer Batterie wäre es natürlich ganz cool gesetzt hier. Weil Pammy kam. Was interessiert mich denn das? Das kann man einfach kaufen. Beziehungsweise kann man Rentierfleisch einfach einkaufen. Und die paar Räuchereien, die man da setzt, hängen. Das ist gar nichts. Man setzt es einfach rein. Hat man alles, was man braucht. Sollen wir mal ja gucken. Hier gehen wir mit der Straße nachher eh runter. Aber hier reicht der Ofen sogar noch. 1, 2. Wir wollen ja an die Polarwacht hier auch ran. An das Quartier müssen wir gar nicht ran. Setzen wir die Behausung so. So. Cool. Die geht sogar. So. Passt. Sieht ganz nett aus. Der Block ganz cool gezogen. Wichtig ist für mich nur, wie viel brauchen wir denn noch? 5 und 8. Noch ein paar brauchen wir. Ein paar brauchen wir noch. So. Dürfen es sein. Bin ich jetzt nicht so gut hier. Aber so würde es ja auch gehen. Würde man das da ran ziehen. Würde ich hier mit der Straße lang gehen. Hat man 2 mehr. Kumpen trotzdem alle drin. Räuchte ich halt noch einen Kohleofen hier. Setz mal den dann hin. Brauch ja 4. Hier setzt man den Kohleofen dann rein. Hier würde man den Kohleofen reinsetzen. Das ist mit dem Ding da. Lagerhaus braucht man da nicht unbedingt. Na alles. Gute Frage eigentlich. Wie macht man das mit dem Quartier hier eigentlich? Quartier hier hoch. Haben die dann Quartier hier? Glaubt nicht. Lobt nicht, dass die dann Quartier haben hier. Ja, man kann es auch mal hier hinsetzen. So, der Ofen hoch. Aber jetzt im Quartier. Jetzt setzt man das einfach so. So, Öllampen füllen sie ja auch. Und jetzt könnt ihr gleich die schönen Techniker hochziehen. Und dann habt ihr Gas. Dauert jetzt noch einen Moment, bis die hier alle die ganzen Öllampen bekommen. Also ihr kriegt hier nur marginal Einwohner. Ihr seht, ich habe zweieinhalbtausend Techniker. Nix. Kriegt ja nicht so viel von. Wichtig ist, dass hier Polarwachen ab. Welche habe ich davon hier stehen? Eins, zwei. Packt hier hier noch eine hin. Okay. Das ist aber gar nicht alles rein, oder? Wenn ich die noch eins nach hinten setze. Kommen wir nicht ran. Wenn ich so setze, kriege ich hier noch eine Hütte hin. Ja, das ist halt so. Habe ich hier noch eine Hütte mehr. Eine Hütte, sage ich schon. Also ihr habt natürlich hier noch ein Haus einfach mehr. Du kriegst Kohle von da, es passt. Und die ziehen alle ein. Und jetzt seht ihr, nachdem die alle eingezogen sind und das Luftschiff wiederkommt. Seht noch. Eins nach P2. Falsche, das lädt da. Jetzt das Gas nach Crown Falls Schiff. Das richtige Luftschiff einfach. Hallo Luftschiff. Luftschiffi. Kein Plan. Na ja. Ja, ist auch kein Luftschiff. Luftschiff ist noch Hit the Road und so. Kennt ihr das? Mein Kaffee. Und wenn es dann gleich mal steht. Müssten wir noch gucken, was mit dem Postamt ist. Hier haben wir drei von. Wollen wir den Postämter stehen? Eins, zwei. Polarwarten. Das sind alles Polarwarten. Wo sind die Postämter hin? Die Postämter. Haben wir kein einziges oder was? Eins. Eins steht hier. Das reicht überall da hin. Hier im Postamt hin. Da ist auch Postamt. Wir haben hier ganz viel Postamt. Dann könnt ihr die aufsteigen lassen. Geht jetzt halt darum, denen so ein bisschen was zu geben. Hier nachher. Postamt haben sie gleich. Die brauchen dann auch Konserven und Bar. Splitten. Haben die hier eigentlich Konserven, die guten Techniker? Kriegen die welche? Die haben sogar Konserven. Dann nehmt ihr auf die Route als letzte Ware noch Konserven mit. Seht ihr wieder auf P. Weil die Routen heißen ja alle P. Oder nehmt auf Hemikan ein. Dann seht ihr die Routen. Aha, alles klar. Hier fehlt ein bisschen was. In der einfach wahren Laden. Von dieser Insel und sagt, wir möchten gerne Konserven haben. Wie viele Konserven wir so haben. In Simgüter Alte Welt. Da haben wir Konserven. 199. Und Laden. Kriegen die auch Konserven. Und es gibt Konserven. Und es gibt Konserven. Ihr habt Holz. An der Ende. Zack. Einfach hochgezogen. Ziehen die alle ein. Dann wartet ihr ein bisschen. Und wenn die gleich alle hochgezogen sind. Dann läuft eure Gasproduktion. Hier seht ihr halt schon. Steigt hier alles. Ziehen alle ein. Und ihr habt gute Laune. Spätestens wenn da ja noch Konserven kommen. Wird es hier angepasst sein. Und so versorgt ihr mit so einem ganz klitzekleinen Gletscher. Alle eure Gaspumpen. Ihr seht auch wie sie geklippt sind. Ich teile nur die Clippingpunkte. Hier ein Clippingpunkt. Da ein Clippingpunkt. Mit diesem einen Gaskraftwerksförderstätte. Das wird nicht geklippt. Dieses Gas ist ungeklippt. Man kann es nicht klippen. Weil es effektiver ist. Dieses Gas zu klippen. Mit der kriegt ihr zwei geklippte ran. Und hier hinten könnt ihr dieses eine klippen. Und dieses eine klippen. Und dann habt ihr das geklippt. Hier braucht ihr natürlich später noch. Weil es sehr weit weg ist. Ein Lagerhaus. Das setzt ihr einfach daneben. Wir gucken wo es passt am besten. Ich will es hier hinpacken. Dass das Gas dann auch zum Lagerhaus kommt. Da kommt noch ein Ofenhitter ran. Und dann habt ihr in der Arktis einfach in einer Windeseile einen Gletscher fertig gesetzt. Zur Produktion von Pemmikanen und von Öllampen. Habt ihr hier ein bisschen Rindfleisch. Rindfleisch sage ich schon. Rentierfleisch kaufe ich einfach ein. Über die Speicherstadt. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt. Schaut mal ein Video. Wie ihr mit der Speicherstadt handelt. Und wie ihr da Rentierfleisch einkauft. Und dann habe ich hier Produktionen für die schönen Öllampen. Die stehen hier. Die haben auch ein wunderschönes Quartier. Da sind zwei momentan von an. Da braucht ihr Walöl und Messing. Für gibt es Öllampen. Und für das Pemmikanen. Das Pemmikanen steht auch hier. Es ist einfach hier hingepackt worden. Da braucht ihr Walöl und Rentierfleisch. Dann gibt es Pemmikanen. Rentierfleisch kaufe ich ein. Walöl produziere ich hier über die Walfänger. Natürlich ist hier auch ein Quartier. Das Quartier wird später diese wunderschönen Walfängereien effekten. Reicht euch das Walöl nicht? Hier gibt es weitere Inseln, wo ihr Wale fangen könnt. Was ich übrigens total Katastrophe finde, dass die hier Walfischereien eingeführt haben. Weil Wale sind eine bedrohte Tierart. Und ich mag Wale. Und finde ich nicht so cool. Man hätte auch einfach Tintenfische. Weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob Tintenfische... Ich kenne jetzt keine geschützte Tierart, die nicht über Fisch ist. Aber Wale finde ich furchtbar. Tintenfische weiß ich nicht. Ich glaube, Tintenfische gibt es ganz viele. Oder Krebsfischereien oder so. Krebse gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele. Da kann man schon mal ein bisschen fischen oder so. Aber Wale... Naja, ist wie es ist auf jeden Fall. Diese Walfängereien, die braucht ihr für das Walöl. Und später auch für das Pemmikanen. Also Walöl ist wichtig. Robben werden später ja auch noch gefangen. Da weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Ob ich Roggen... Roggen... Roggen übrigens. Robben meine ich. Robben fangen will. Tut mir leid. Bin aber ein bisschen platt. Und so ist es halt. Das war Stream Alarm. Wie ihr in der Arktis, in Windeseile, einen Gletscher mit den Gasförderstätten klippt. Und die Bevölkerung auch noch dazu hochzieht. Und sie versorgt. Und die Kohlerandschaft habe ich euch in diesem Video gezeigt. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Wenn ihr mehr bleibt dran. Das war Stream Alarm. Bis bald.